Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, wir haben gestern ausgelockt. 16.03 Uhr. Ja, das können wir noch machen. Das können wir noch machen. Also, das wieder zurück. Plan von gestern. Wir wollen die Sniper holen, wir wollen die Sniper holen. Oh ja, professionelles Fahren, leicht gemacht. Und danke für die Glückwünsche. War zwar noch von gestern, aber ist nicht so schnell gegangen. Ich dachte ja nicht, dass der Nebel dazwischen kommt. So, so, so. Da geht er. Also, Bär kann man ja nicht niederführen. Ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber geh nur, geh nur. Oh, da ist noch ein zweiter. Wie viele Kugeln haben wir denn eigentlich? Oh, okay. So, ihr könntet den Ort des Geschehens jetzt verlassen, U2. So, von da treffe ich euch eh nicht. Wieso habe ich denn so wenig Pfeile? Oh, ich habe keine Pfeile gemacht. So, wir machen uns, was weiß ich, so viele. Wird es jetzt neblig oder sieht das nur so aus? Die, 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 die. So. So. So, add arrows. Die, 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 die. Hoffentlich reicht das. So, die Typen sind weg. Naja. Schnee sind die nicht gegangen. Oh, ein Blatt. Ein Blatt. Ich sehe einen mehr. Boah. Daumen drücken. Daumen drücken. Diesmal krieg ich die Sniper. So, was wir mit der Sniper eines machen können. Snipen zum Beispiel. So, da steht er da. Ohne Ecke. Hä? Hä? Was ist denn das jetzt? Aber aber wo aber wo aber wie aber wer aber wo aber wie oh wo ist mein Sniper? Mein persönlich privater Sniper geflüchtet weil er gewusst hat dass ich ihn holen werde. Verdammt, er wachst. Oh, ist das fies. Hm Der Sniper ist weg Der Sniper ist weg verdammt noch ein bisschen auf den Boden schauen aber der liegt da nirgends. Nö, die hätte ich ja schon gefunden. Ich habe doch damals schon weg gesehen. Okay, wir laufen mal zurück. Okay, wir laufen mal zurück. Aber ich habe ausgelockt, ich habe neu also ich meine oft schon so weil ich nehme ja nicht wirklich wirklich im Vorhinein auf und daher was ist das hier? Die, 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 die. Was ist denn da? Aha Okay, und da führt der Weg ins Nichts. Geplant dürfte hier was sein. So, gut, aber dann werden wir wieder zurückfahren weil da ist nix. Verdammt, die Sniper verdammt. Fahren wir da noch rauf? Aber ja, warum nicht? Oh, die Sniper die gute, gute Sniper der gute Schnibber So, da ist wieder so ein Plateau auf dem aber auch nichts ist. Die, 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 die. Gut, dann werden wir da auch umdrehen. Oh, ist das aber schön. Ist das aber schön hier. Der Ausblick. Oh, wie schön. Ah Und die Straße genau gegen den Fesen da. Ja, okay. Oh, wie schön. Sehr cool. Oder? Sieht doch super aus. Ich mag die Grafe. Ich mag's. Ja, und das Ganze hat noch so viel Potenzial. Sieht super aus. Vor allem jetzt so in der Abendstimmung. Oh, wie schön. So Ja, ändert aber nichts dran. Ich bin traurig wegen meiner Schnibber. Das hat man eigentlich im Kopf haben. Gut. So Wo kann man da wieder runter? Da könnte ich sicher das Auto super crashen. Ja Mal das Küffelchen fahren. So hier ausholen und dann dieses Küffelchen hier fahren. Ja Der Weg ins Nichts. Ui, ui, ui. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So, ich probiere das jetzt mal. So, und wir schauen mal gemeinsam, weil ich habe mal gehört, das soll helfen. So dann machen wir das mal. So wir werden jetzt speicheln. Immer gut speicheln. So Ja, 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 ja komm So und jetzt machen wir back to the menu. So und jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist der Schnibber ja da. Wenn der Schnibber da ist, dann bekommen wir endlich unsere Sniper. So wobei meine Hoffnung ist relativ gering. Ja, 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 ja So Continu Ja, Continance Wahn Wobei, das habe ich eh gemacht. Also ja Naja, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir ihn ja den Schnibber vielleicht auch nicht. Dann holen wir uns einfach einen anderen weil da in der Nähe müsste es eigentlich eigentlich noch so ein Camp geben. Da war auch früher eine Geisel mal drin. Ja, mal schauen. Auf dem Weg Richtung Richtung Stadt also wenn man diesen Weg reinfährt da in die Richtung irgendwo so aber bevor ich da jetzt zu viel erzähle Nö Lauf mal So Sehe ich normale Bände jetzt? Nö Wo sind die Bände? Ja, da sehe ich einen gehen Sag mal Was ist denn da? Hänge ich da jetzt fest? Tatsächlich Jetzt kann ich mich nicht bewegen Aber ich will mich bewegen Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann nicht springen Ich kann nicht Ich kann Ich kann Ich kann mich nicht mehr Ich hänge im Baum Oh mein Gott Ich hänge im Baum fest Ja, ich muss da nochmal Ja, muss ich nochmal Okay Also nicht zu nah an Bäume Yes Yes So, auf jeden Fall Dort in die Richtung In die ich gerade gewiesen habe Müsste eigentlich noch ein Schnibber stehen Wenn ich diesen Schnibber nicht bekomme Ah, wir werden sie Wir werden sie Geiseln wollte ich eigentlich noch keine befreien Solange wir keine Festung haben Festung To the base To the base Ja, wir werden sie Sag mal die Bauern Eigentlich will ich lieber plündern Mit dir gemeinsam Tja Wir schauen mal So Dann schauen wir mal vor Ja, ja Präpariere So Wo sind denn die Bandits? Ach, da vorne ist er Da Da geht er Oh, bin ich aufgeregt Jetzt kriegen wir die Schnibber Ich kann spüren Die Schnibber Gleiches Zimmer hin Dann werden wir sie einsetzen Die Schnibber So Toll Die Schnibber Die Schnibber Okay Dann müssen wir uns die Schnibber Vom anderen Ort holen Na gut 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 Los geht's Mit Licht so sind sie da irgendwo sind doch die straße entlang gegangen und dann dies von offen bärchen so drehen das lichter also ist aber schade ist aber schade so so nein nein so und jetzt darauf so weil es ist schon ziemlich spät nämlich ja 18 30 so wir machen jetzt ein paar stöckchen werden hier übernachten und morgen in der früh fahren wir weiter so stöckchen stöckchen so bekräften da 23 jahre kräfte mal ein paar und dann trinken was sonst verdursten wir die sample in der nacht immer wahnsinn ja cool so ja klar mit schlafsack würde ich jetzt besser liegen so wir machen das aber trotzdem ich lege mich jetzt da einfach so auf den boden wir könnten auch nach hause fahren ja so wir warten auf die nager aber ich will nicht nach hause kommen keine nager so habe ich habe ich die habe ich nicht so kann ich ja nicht schauen wenn man sie auch in den kircher lekt nun ist von vorteil so buch luke ruten dann machen wir hier Die würden doch lange schießen auf mich, die Bandits. Es ist gar keiner mehr da. Gut, dann werden wir zum anderen Camp gehen. Gehen ist gut, wir werden natürlich... Verdammte Böschung. Wir werden natürlich fahren. Sofern wir es können. So. Ja. Geschafft. So, und da irgendwo rechter Hand, rechts der Straße, war einst ein Bandit-Camp. Da war ein Bandit-Camp, da war ein Bandit-Camp. Vielleicht sollten wir das Licht abdrehen. Das ist ein wenig auffällig. So. Du, 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 du. So. Super. So, und wir versuchen uns so von der Seite anzuschleichen. Da ist das Bandit-Camp. Da, 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 da. So, die haben nämlich auch einen Turm. Und auf diesem Turm wahrscheinlich auch einen Schnüpper. So. Ja, und zwecks Vorsicht. Ich schätze mal. Ups. Ui, ui, ui. So, da steht einer. Ja, hier. Wieso lauft der weg? Wo hinten steht einer? Oh, den werde ich von da nicht treffen. Oh, da, um, ist der schief. So. So, der eine ist weniger jetzt. Ich glaube, es sind noch vier. Äh, noch drei. Hui! So, wir gehen da mal runter. Dach auf würde ich gerne und dann von oben alle erledigen. Ist da oben kein Schnipper? Hast du eine Sniper? Nein. Warum nicht? So, also da drinnen habe ich einen erlegt. Da hat man einen erlegt. Da war neben der Hütte noch einer, der ganz fies herumgeschossen hat. War das der? Was war er hier? Ich habe noch vier Schuss. Einer noch? Oh, da zwei noch. Ich hoffe, Einer. Da ist doch hinter der Hütte, Einer. Ich kann ihn riechen. So. So. Ja, super. Aber. Genau. So. Hui. Da wach er doch gerade. Ist er jetzt in die Hütte rein? Nö. Aber ich glaube, es ist nur noch einer. 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 Und jetzt stehen wir da so und denken uns, ich weiß nicht. So. Und jetzt ist da hoffentlich keiner mehr. So, bevor wir... Oh, ein Blatt. Bevor wir da wieder rumlaufen. Hm? Oh. Okay. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Die Komponens will ich mitnehmen. Hier ein Stückchen. Super. Ja. Ja. Sehr gut. Danke. Ja, das ist gut. Oh, dann. Eine Feder. Super. Oh, noch eine Feder. Puh. So, ich glaube... Oh. Das sind aber viele Sachen. So. Okay. So, precise. Darum stimmt der Sniper und wartet auf mich. So. Super. So, ich würde sagen, Plündern, so richtig das Camp ausräumen, können wir dann noch. Eigentlich will ich nur den Sniper noch erledigen. Und wir haben ohnehin schon genug Sachen mit. So, wo ist der Sniper? Wo ist der Sniper? Wo ist der Sniper? Junge, du bist kein Sniper. Sniper. Nö. Oh. Wir wollten Sniper haben. Wir wollten Sniper haben. Oh, super. Nein, eh super. Ja, ich freue mich über Scott. Eigentlich wollte ich die Geisel erst... Ach. Jetzt haben wir Scott. Scott am Heiß. Nein, ist eh super, Scott. Oh, was haben wir denn da? Oh, Cornsheet. Gut, dann... So, aber was machen wir denn? Wir werden das hier essen. Oh, essen. Oh, ja, wie fein. Ja, wie fein. So soll der Hunger weg schon sein. So, super. So, nimm das Scott mit. Ach komm. Eigentlich, ich... Oh, wie schön. So, dann würde ich sagen... Oh, mein lieber Scott. So, so, so. Ich bin mir nicht sicher. Nehme ich dich mit oder nehme ich dich nicht mit? Und warum war hier kein Sniper? Verdammt. Du bist kein Sniper. Ja, ja, ich will dich mitnehmen. So, jetzt aber schnell zurück. Nein, Autos zerlegen und all das machen wir ein anderes Mal. So, noch ein Interesse halber. Sehr gut. Kein Lut. Also, schlecht, aber in dem Fall ganz gut, weil wir verpassen einfach nichts. So, Scott reißt schon alleine vor. Ach, das ist schön. Da, 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 da. So. Da, 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 da. Naja, kein Sniper, aber dafür Scott. Hm. Und Cornseed. Super, das können wir am Bach am Pflanzen. Am Bach am See. Wow. Wow, das schlingert manchmal. Das schlingert manchmal. So, wow. Ja, toll. Ich glaube, da oben ist noch immer keiner. Der spawnt nie wieder, oder? Verdammt. Ich weiß ja noch immer nicht, warum wir nicht die Sniper bekommen haben von dem. So. Dann machen wir das mal so. Da, 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 da. Da, 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 da. Ui, ui, ui. So. Und wir da durchkommen, ohne dass wir wieder professionell anfahren. Ja, diesmal geht's gut. Super. Endlich. Nirgends angefahren. Oh, wie fein. So, so soll die Apokalypse sein. Naja, immerhin haben wir Scott geholt. Das ist schon ganz okay. So. Ah, ich mag das, wenn die Sonnenstrahlen da so. Ah, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So, mein lieber Scott. Oh, Heidelbeeren. Apropos Heidelbeeren. Jetzt wollen wir gleich schauen in die Käsefalle. Super. Käse ist drin. So. Tja, lieber Scott. Scott. Oh, wie, oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, ich freue mich total. Oh. Oh, wie schön. Scott, schau mal. Oh. So, aber wir müssen jetzt hier die Folge beenden. Oh, wie schön. Das ist schön. Super ist das. So, wir haben echt viel. Wir haben Corn Seed. Das werden wir noch auf jeden Fall einpflanzen. Einiges an Waffen. Wir bauen einen neuen Waffenschrank. Oh, so. Scott wird unser Landwirt. Nö, der wird Bäume fällen. So, aber ich verabschiede mich und sage Danke bis zum nächsten Mal. Tschüss.